In Gesprächen mit Unternehmensverantwortlichen, wo auch immer, ob auf Foren, Empfängen oder auch in meinen Seminaren, kristallisiert sich immer wieder für Sie die große Herausforderung heraus, nämlich, wie gehe ich mit dem demografischen Wandel sinnvoll um? Wie gestalte ich den vor allen Dingen? Fragen kommen auf, wie zum Beispiel, wie mache ich, wie sorge ich für eine richtige Nachfolgebesetzung? Wie positioniere ich wen im Unternehmen langfristig? Wie sorge ich dafür, dass Generationen sensibler miteinander umgehen? Wie sorge ich dafür, dass Know-how nicht weggeht, sondern bleibt im Unternehmen, wenn reifere Personen ein Unternehmen verlassen? All das sind Fragen, die auch mir schon vor einigen Jahren sehr zum Nachdenken mich angeregt haben und ich war unzufrieden mit den Tools, die ich bisher hatte. So entschied ich mich seinerzeit für ein Studium der Chirologie, das ich auch 2015 erfolgreich absolviert habe. Heute bin ich in der Lage, aktiv diese Fragen gemeinsam mit meinen Klienten zu beantworten. Denn die Chirologie kommt von Kairos. Kairos ist der günstigste Augenblick kennen und nutzen. Gilt gerade auch für Unternehmen, wann ist der richtige Augenblick etwas zu verändern? Wann ist der richtige Augenblick mit wem welche Stelle zu besetzen? Das sind Fragen, wo wir Antworten finden. Einige Firmen arbeiten da schon intensiv mit. Denn die Kairos-Wissenschaft beschäftigt sich, anders als andere Tools, nicht mit Realitäten, sondern wir arbeiten hier mit Potentialitäten und mit Möglichkeiten von unterschiedlichen Generationen und ihren Energien. Der Blick, der kairologische Blick ermöglicht nochmal zusätzlich andere Aspekte mit in Bezug zu setzen. Nämlich zum einen der Aspekt der Generation und ihre Potentialitäten. Kann man runterbrechen auf dem Individuum, wann ist wer geboren und aus dieser Generation, welche Kräfte bringt er mit oder welche Potenziale bringt er mit? Und was passt zu ihm? Und wir können genauso schauen, wenn man jetzt in der Biografie auch mit den Menschen sich beschäftigt, hat er denn die Kraft, das, was von ihm auch gefordert wird, tatsächlich umzusetzen? Ich spreche zu Ihnen über dieses Thema, damit Sie um diese Möglichkeit wissen, Ihre Herausforderungen, die gerade in dem Thema Nachfolge, Positionsbesetzung und auch Generationsdiversity noch gezielter angehen können und Lösungen suchen. Sprechen Sie mich gerne an. Ich erarbeite gerne mit Ihnen eine individuelle Vorgehensweise. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen bis dahin eine bedeutsame Zeit.